Der moderne Mensch hat keine Angst mehr vor Missernten, wütenden Göttern und Naturkatastrophen. Im Mittelpunkt seiner Furcht stehen stets die eigene Bedeutungslosigkeit, das plötzliche Verschwinden des Handyempfangs und die Möglichkeit, dass im Privatfernsehen nur noch Wiederholungen laufen. Doch die größte Angst der Menschen ist und bleibt die Zombie-Apokalypse. Zombie-Apokalypse? Das wäre ja grauenhaft. Wenn die alle auf der Straße stehen, dann komme ich noch zu spät zur Arbeit. Zombie-Apokalypse? So schlimm wird es wohl nicht sein. Sehen Sie, Zombies ernähren sich doch von Gehirn. Gucken Sie sich mal um. Die würden doch verhungern. Doch diese Angst ist viel begründeter als viele denken. Denn wie internationale Wissenschaftler nun herausgefunden haben, steht uns die Zombie-Apokalypse nicht bevor. Sie hat bereits begonnen. Wir haben ausgiebige Tests an Bankern, Entertainern und Beamten durchgeführt und Erstaunliches herausgefunden. Keiner der Probanden war noch menschlich. Wir gehen momentan von einem Virus aus, der sich langsam aber stetig verbreitet. Über die Übertragungsart sind wir uns noch nicht ganz sicher. Aber wir schließen Fernsehen, Facebook und sogar Konversationen nicht aus. Mithilfe komplizierter Verfahren ließ sich der Ursprungsort der Epidemie zurückverfolgen. Eine ganz normale deutsche Schule. Unter größten Sicherheitsverkehrungen besucht unser Filmteam diesen Ort des Schreckens. Wir sind zutiefst erschüttert. Ich meine, hätten wir das gewusst, dann hätten wir sofort beantragt, dass wir eine Ganztagsschule werden, damit die Schüler nicht so viel in der Öffentlichkeit rumhängen. Nein, ich hatte nicht mal einen Verdacht. Der Unterricht erschien mir völlig normal zu sein. Die hinterste Reihe schläft, die davor guckt auf ihre Handys, die zweite Reihe zeichnet in ihren Heften und die erste Reihe guckt stumpf, sind nicht nach vorne, um Aufmerksamkeit zu heucheln. Das war schon immer so. Da habe ich mich dran gewöhnt. Eine schulinterne Ermittlung hat ergeben, dass das Virus im Bierraum entstanden ist. Ein Schüler hat einen anderen Schüler angesteckt, um ihm einen Streich zu spielen. Die Behörden wollten ihn schon inhaftieren, aber wir haben das schulintern geregelt. Bei Mobbing kennen wir kein Pardon. Stefan sitzt schon seit einer Woche nach. Inzwischen haben sich Zombies über den ganzen Erdball ausgebreitet. Doch einen Zombie zu erkennen, ist nicht einfach. Tatsächlich ist es inzwischen einfacher, den Menschen von dem Zombie zu unterscheiden, als andersrum. Ich habe hier einmal zwei Vergleichsbilder. Man sieht sofort den Unterschied. Auffällig ist, anders als der Zombie hat der Mensch keine großen Augenringe. Im Gegenteil, seine Augen scheinen voller Leben zu sein. Außerdem trägt er keine Ohrstöpsel. Auch im Werteverständnis unterscheidet sich der Mensch vom Zombie erheblich. Während der Zombie vorgibt, sich für innere Werte oder Gefühle zu interessieren, tut der Mensch es wirklich. Also wenn das so ist, wenn man mir das gesagt hätte, dann hätte ich ja reagieren können. Den Unterricht zombiefreundlicher gestalten können. In besonders schweren Fällen hätte ich sogar die Eltern anrufen können, obwohl das natürlich keine Entschuldigung für nicht gemachte Hausaufgaben ist. Wenn Sie schnell erkennen wollen, ob Sie einen Zombie oder einen Menschen vor sich haben, investieren Sie 20 Euro und ein Feuerzeug. In so einer Notsituation fehlt die Fassade des Zombies. Er wird versuchen, das Geld schnell zu retten, während der Mensch erst ihre Beweggründe erfahren möchte. Mit diesem Verfahren konnten wir herausfinden, dass 556 unserer 623 Schüler bereits infiziert sind. Die Medien werfen uns zwar vor, Steuergelder zu verbrennen, aber allein das bedeutet ja schon, dass das Virus auch dort um sich greift. Mir tut es doch auch im Herzen weh, all dieses Geld zu verbrennen. Seitdem ich das weiß, hat sich eigentlich nicht viel verändert. Die hinterste Reihe schläft, die davor spielt mit ihren Handys, die zweite Reihe zeichnet in ihren Heften und die erste Reihe guckt stunkse nicht nach vorne, um Aufmerksamkeit zu heucheln. Aber weil ich weiß, dass die nichts dafür können, gibt es einfach bessere Noten. Wissenschaftler erwarten, dass in wenigen Jahren die Weltbevölkerung nur noch aus Untoten besteht. Ökonomen sagen das Aussterben der Bestattungsinstitute voraus. Fernsehsender, Bildungseinrichtungen und Großkonzerne haben jedoch keine großen Änderungen ihrer Programme angekündigt. Eine der größten Ängste der Menschen hat sich wieder einmal als heiße Luft entpuppt. Und nächste Woche? Frauen. Sind die Aliens längst unter uns? Gelegenste! exemplet. Dass sie die원이 stark ins wichtig ist. chatter,